Moin Moin, hier ist wieder Robin für euch. Viele von euch haben sich ein Robin kommentiert Kommentare gewünscht. Das kommt jetzt. Ich habe mein Handy zur Hand genommen und werde jetzt ein paar Kommentare von euch vorlesen. Zu Tschüss Laufband schreibt Ida 0906. Geh mal bitte live. Im Moment schaffe ich es zeitlich nicht. Ich habe heute Abend noch ein paar Videos vor zu produzieren. Daher schwierig. Zu 1. FC Köln startet in die 1. Bundesliga auf Eremann Gordoba Fußballgott. Sehe ich genauso. Durch Gordoba gegen Kreuter Fürth ist die Mannschaft da auch aufgestiegen. Nochmal zu Tschüss Laufband. Alina Schmidt super Video. Ida 0906 super Video weiter so. Ben1234 schade. Danke dass du uns immer informierst. Ist echt interessant. Ist doch kein Problem. Ich möchte ja auch ein bisschen entertainen und so. Zu Wamos Air am Düsseldorfer Flughafen 747 5.05.2019 SG Aviation klasse Video Robin und Arasul HD 2.0 coole Maschinen. Ist ja nur eine zu sehen aber ist okay. Ja zu leider doch kein neues Laufband hat F.B geschrieben. Könntest du dir vorstellen beim Borgner City Lauf teilzunehmen. Ähm. Borgner City Lauf aktuell zeitlich begrenzt und schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Aber jetzt am 9. Mai findet der Firmenlauf statt. Wo ich 5,7 Kilometer laufen werde. Aber dazu gibt es heute oder morgen noch ein extra Video. Zu unterstützt uns vom SG Borgner Millardverein 11.B. Starkes Video Robin. PS coole Frieser hast du heute. Ja da kam ich direkt aus der Dusche. Und ja. Zu leider doch kein neues Laufband. Da untersteht Rob into the Heart. Hol dir einen Stepper. Ist Langzeit besser für die Knie oder noch besser ein Rudergerät. Rudergerät passt nicht. Stepper halte ich nichts von. Und ja. Ja. Horni hat geschrieben. Brauchen wohl nicht bis zum 1.6. warten. Du hast doch gerade verraten, dass du in Köln wohnen bleibst. Ja. Wo ich in Köln wohnen bleib. Aber nicht wohin. Jo. Arasyl hat geschrieben. Ich wohne in der Nähe von Köln. Bayern 160 403 hat geschrieben. Ob man mir beim Umzug helfen kann. Ich habe 8 bis 9 Leute, die mir helfen. Also genug. Zu Breakdance Bruch käme es Köln-Deutsch. Hat Paul Lisa geschrieben. Mach mal ein Video vom Autoscooter in Remschad. Ich habe es leider nicht geschafft nach Remschad zu kommen dieses Jahr. Zu Einzug der Feuerwehr und dem Spielmarktzug vor den Zapfenschreichen geben. Da hat Blu-Den 1000 geschrieben. Da dreht sich Beethoven ja im Grabe rum. So wie hier in der Yorkshire Marsch verstümmelt wurde. Ich habe keine Ahnung, wie er sonst geschrieben wird. Ich fand es schön. Ja. Mal schauen. Zu Kim ist am Abend plus Züge am Abend. F.B. Punkt. Gutes Video, Robin. Schade, dass es mit dem Fandreff nichts wurde. Eventuell kommt in der nächsten Woche ein Fandreffen. Wenn du irgendwann mal ein Fandreffen in Borken oder Ramsdorf machen würdest, würden sicherlich einige Leute kommen. Gruß. Jo. Mal schauen. Mal schauen, was es hier noch gibt. Züge, Deutz, am 24.04.2019, Ben1234. Wann kommen mal wieder Robin kommentiert Kommentare? Fand ich immer unterhaltsam. Das drehe ich gerade ab. Oder wenn du dieses Video siehst, siehst du es ja auch schon. ArasulHD2.0 hat geschrieben. Kann es sein, dass niemand einen netten Kommentar schreibt? Schade. Aber Robin, kannst du mich grüßen? Wäre echt nett. Ich grüße dich. Chemisnews hat gefragt, oder in dem Video Chemisnews, Köln-Deutz, hat Morgenrath gefragt. Kommst du bald auf den Öcher-Band, wenn ja wann? Ich habe es leider auf den Frühjahrs-Band nicht geschafft. Ich bin im Moment ein bisschen zu viel eingespannt mit Umzug etc. pp. Ja, zu verrücktes Bundesliga-Wochenende. Solltest du regelmäßig machen, was auch cool wäre, wenn du vor jedem Spieltag die Ergebnisse tippst. Ergebnisse tippen möchte ich nicht, aber solche Videos wird es wohl aufgeben. Der Kommentar kam von Hardrock. Zu Sturm über Köln-Märkenich, 24.04.2019. Man hört den Donner und sieht die Blitze. Also es war schon ein ganz schöner Regenschauer und so weiter und so fort. Fazit zu FC Schalke gegen Borussia Dortmund. Hubert Bernd schrieb, das lief auf der ARD. Richtig, das lief auch auf der ARD, habe ich geschaut. Aber als ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich die Ergebnisse vom Videotext genommen. Ja, was gibt es hier sonst noch? Olympia-Looping auf der Chemis in Köln-Deutz. Phil Wiemann, Daumen runter, weil schlechter Bericht. Nur das weitergegeben, was man auch gesehen hat. Und wirklich nichts Informatives. Schade. Also mein Guter, es ist so, ich mache keine Reportagen oder so. Ich möchte einfach nur zeigen, wie schön der Olympia-Looping von Barth auf der Chemis aussieht. Mehr nicht. Ich ziehe um, aber wohin? Bitte bleib in Köln, sonst gibt es D-Abo. Ja, dass ich in Köln bleibe, hast du jetzt mitbekommen. Aber wohin in Köln, das verrate ich noch nicht. Ja, was gibt es hier sonst noch? Jo, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mit den Kommentaren. Ich hoffe, dieses kurz und knappe Robin-Kommentiert-Kommentar hat euch gefallen. Ich sage, Ciao mit V. Euer Robin. Tschüss.